hallo und herzlich willkommen bei project makers heute sind wir beim achten teil von unserem unity tutorial und es geht um animationen bevor wir mit den animationen allerdings beginnen können müssen wir unsere animationen die bei unserem charakter also in dem fall bei dem kleinen schleim vorgegeben waren erstmal umstellen dazu gehen wir auf assets dann char data also das ist unser asset paket eben dass wir importiert haben monster charme und auf motions und hier haben wir die motions also die animation im endeffekt unseres kleinen charakters aus unseres schleims wir klicken hier die einzelnen animationen anders in dem fall ist es attack und klicken erst mal alles also stellen alles erst mal auf generik müsste jetzt alles bei euch auf legend sie stehen wir stellen es einfach um auf generik müssen das weitere nichts einstellen und haben damit schon mal die animation vorbereitet wait und walk müsste bei euch auch schon auf generik stehen jetzt müssen auf jeden fall alle auf generik stehen da hilft uns nichts vorbei so um jetzt weiter fortzufahren müssen wir erst mal unseren trigger minima umbauen wir haben vorher den trigger vorne dran gebaut um euch eben zu zeigen wie das funktioniert mit dem trigger den machen wir erst mal wieder weg und nehmen direkt den ai third person controller und erstellen auch hier einen rigid body mit diesem rigid body machen wir einfach wieder unseren trigger wir nehmen wieder eine kugel sagen ist ein trigger ziehen in der z-achse ein bisschen vor in der y-achse ein bisschen hoch ganz so weit vor er soll also ihr müsst bedenken wenn wir diesen trigger berühren fängt daran anzugreifen das heißt er darf nicht zu weit vorne abstehen denn sonst würde ja schon angreifen wenn wir hier vorne berühren also das ist glaube ich so das richtige maß für uns im endeffekt so das ganz gut soweit das ist unser trigger eben wie gesagt trigger markieren hier das ist ganz wichtig material ist irrelevant beim trigger jetzt müssen wir die animation bearbeiten bisher haben wir im endeffekt nur die weight animation die macht er auch wenn er läuft das heißt dieses gewabbel dass er macht wir schauen mal ganz kurz rein dieses tabeln nenne ich es jetzt mal hier das macht im endeffekt immer egal ob er steht oder läuft er schiebt uns jetzt sogar noch ein stück weiter das wollen wir natürlich ändern das ist ja nicht das was wir wollen wir wollen verschiedene sachen machen also wir wollen heute einmal den charakter dazu bringen dass er sich anders bewegt das heißt dass er beim weight also wenn er stehen bleibt dass er eben dieses leichte hin und her wackeln hat da ist beim laufen eine lauf animation hat und dass er wenn er uns berührt dass wenn wir in den trigger kommen dass er uns dann angreift optisch zumindest und dazu benutzen wir den animator habt ihr das fenster hier oben noch nicht es ist kein problem ihr klickt einfach auf window und klickt hier auf animator hier unten also nicht animation oder so sondern animator das ist das was wir brauchen das ist das fenster hier und wenn ihr den schleim angeklickt habt hier also diesen ai third person controller dann habt ihr hier schon einige sachen vorgegeben es kann jetzt ein bisschen anders bei euch ausschauen weil ich mir das schon zurecht gezogen habe aber das ist im endeffekt das was wir brauchen dass wir brauchen den entry wir brauchen weight walk attack damage und dead any state das können wir erstmal weglassen und exit können wir auch erstmal weglassen diese noch relativ irrelevant bei entry muss die erste verbindung zu weight sollte schon da sein wenn nicht dann macht die rechte maustaste drauf make transition und klickt hier auf weight darauf so wenn ihr so weit zeit also wenn ihr das vor euch habt im endeffekt wie gesagt wie es angeordnet ist relativ egal denkt nur daran dass wir lauter verbindungen schaffen und das ist deshalb gut wäre wenn alle objekte relativ frei stehen wenn wir das geschafft haben ist eigentlich die erste animation die wir wollen walk das heißt wir wollen dass er aus dem weight befehl rauskommen dass auch stehen bleiben und dass er in dieses wort über geht dass er anfängt zu laufen dazu rechte maustaste auf weight make transition und kriegen einfach hier auf walk wichtig ist müssen natürlich machen dass er auch wieder zurück in die weight position kommt also dass er diese animation wieder zurück ändert als auch wieder hier auf walk rechte maustaste make transition und zurück jetzt weiß denn natürlich noch gar nicht was er damit anfangen soll dass es gibt jetzt die möglichkeit von weight zu walk zu wechseln und wieder zurück jetzt müssen wir ihn aber natürlich noch sagen wann er das ganze machen soll dazu brauchen wir gewisse parameter das heißt wir brauchen variablen variablen gibt es natürlich verschiedene typen float int bool trigger float int sind zahlen das ist ein ganz zahlen und ja kommazahlen im endeffekt beziehungsweise kommazahlen kann man so sagen dann bool das ist ein true oder false also wahr oder falsch eine abfrage eben und trigger ist der trigger so wir werden aber jetzt brauchen eben diesen walk befehl das heißt für diesen walk befehl brauchen wir auch einen einen parameter sozusagen und diesen parameter haben wir hier schon vorgegeben wir gehen auf ai third person controller machen unser third person controller charakter script auf und klicken hier oben einfach mal doppelklick drauf damit sich das öffnet und jetzt haben wir hier das script von uns third person character wir scrollen ja mal ein stück runter ich zeige euch das jetzt einfach relativ flott wichtig ist in dem script irgendwo steht was von animator set float das heißt wir stellen da gleich ein parameter ein der float also ein float parameter und der muss vorwort heißen also das ist das wort was hier in anführungszeichen steht so muss dieser parameter heißen einfach steuerung c oder halt recht maustaste kopieren und wir nehmen das vorwort raus also ihr könnt auch einfach schreiben aber kopiert einfach mal um fehler zu vermeiden erstellen jetzt hier einen neuen parameter ein float und geben vorwort ein und jetzt haben wir den ersten schon erstellt wir können ja weiterlesen das ist vorwärts also das ist wie schnell dass sich vorwärts bewegt im endeffekt hier haben wir den turn speed den wenn er sich dreht aber wir haben für den animat also für diese animation keine drehanimation also der schleim läuft oder steht beziehungsweise wartet und er hat keine animation jetzt zum um die kurven laufen wie vielleicht ein anderer charakter deshalb können wir turn eigentlich völlig außen vor lassen ist grounded on ground das können wir eigentlich auch erstmal lassen weil ist grounded heißt im endeffekt in dem fall nur ob er am boden ist wobei wir den nehmen wir nehmen die mit den werden wir noch für andere sachen brauchen bool bool heißt im endeffekt diese abfrage eben ob ja oder nein on ground und was wir hier noch wollen ist jump das ist auch ein float und jetzt haben wir die drei wichtigsten werte erstmal für uns da jetzt gehen wir nochmal auf unser skript hier ähm ja das mal zumachen hier auch zumachen skripte ach das ist hier gar nicht was sind das ach hier habe ich es ich ziehe das mal zu skripte rein so trigger das trigger script habe ich euch ja schon gezeigt das hier ist jetzt wieder eine abgeänderte form eben damit wir nicht direkt etwas ansprechen sondern auf diesen animator gehen ich erkläre es euch nochmal ganz kurz wir haben jetzt hier oben den animator im endeffekt animator ist animator das ist wichtig im endeffekt dass wir da den parameter festgelegt haben am start also void start das heißt im endeffekt am start zu beginn des skriptes macht er irgendwas start steht immer an erster stelle animator ist gleich get component animator das ist einfach nur wichtig dass dies funktioniert auch sodass das so gestartet wird im endeffekt hier haben wir on trigger stay steht jetzt das letzte mal hatten wir on trigger enter das heißt wenn uns der trigger berührt hat in dem moment eben wo wir in den trigger eingetreten sind in diesem moment hat er etwas getan jetzt haben wir aber on trigger stay das heißt solange wir den trigger berühren ist diese variable gegeben also es ist auch ein bool das ist ein true oder false befehl im endeffekt also wahr oder falsch und also on trigger enter hat nur in dem moment diesen wahrheitsbefehl wenn wir diesen das erste mal berühren on trigger stay hat diesen wahrheitsbefehl also ergibt an dass es wahr ist also dass es aktiv ist in dem kompletten zeitraum in dem wir in dem trigger sind das ist ja das was wir wollen er greift uns ja die ganze zeit an in dem wir in diesem trigger drin sind es gab noch on trigger exit on trigger exit heißt in dem fall wenn wir den trigger verlassen so aber für unseren zweck ist on trigger stay das richtige ich kann euch das nochmal kurz zeigen wenn ihr bei unity auf help klickt habt ihr einmal unity manual damit habt ihr extrem viel hilfe schon und das ist eigentlich alles immer sehr schön beschrieben bei unity und gerade für scripting sagen habt ihr scripting reference ich schmeiße euch das hier mal auf so hier habt ihr auf jeden fall die möglichkeit in unity erst einmal die programmiersprache auszuwählen c sharp oder javascript wir programmieren mit c sharp gehen auf unity engine und haben jetzt hier eben eine enorm große vielfalt im endeffekt von diesen sachen also von dem ganzen scripting zeug klicken einfach mal irgendwo drauf und hier seht ihr dann was es verschiedene für befehle gibt im endeffekt wenn ihr da drauf klickt werden die alle nochmal erklärt und teilweise sind auch beispiel scripte dabei was das ganze eigentlich sehr verständlich macht hier oben habt ihr sowas und damit kann man eigentlich schon relativ viel anfangen sage ich mal so auf jeden fall haben wir den jetzt so hingestellt on trigger stay dann haben wir wieder das vom letzten mal wenn unser game object den player berührt also wenn other im endeffekt other ist ja unser trigger das game objekt berührt das den tag player trägt so ist es komplett richtig dann animator.setTrigger also in dem animator den was wir hier oben erstellt haben setzt er den trigger trigger ist jetzt ein bisschen vielleicht ungünstig ausgedrückt aber auf jeden fall brauchen wir den auch noch das ist ein trigger und der wird gesetzt im endeffekt so das können wir wieder klein machen müssen also hier nochmal einer stellen ein trigger der trigger heißt das ist im endeffekt der befehl dann für unsere attack so jetzt haben wir diese teile eingestellt und jetzt gehen wir einfach mal auf start ich zeige euch gleich warum und klicken auf den animator und sehen forward ist 1 jetzt bremst er ab 0,3 0,2 also bewegung ist das heißt einmal haben wir festgestellt dass wir noch einen fehler haben also er bleibt nicht komplett stehen dazu gehen wir mal auf AI third person controller beziehungsweise auf den navmage agent stop distance machen wir mal bei 2 ups und probieren das ganze einfach nochmal aber jetzt wirklich stehen bleibt 0,3 immer noch nicht mal 2 5 probieren wir einfach mal aus also 2.5 ihr müsst immer Punkt schreiben ich schreibe nur Komma weil das Unity automatisch korrigiert genau jetzt bleibt das stehen jetzt haben wir auch beim animator hier 0 ok das müsste ja eigentlich reichen so das haben wir jetzt richtig eingestellt genau jetzt kommen wir auf den animator was wir gerade gesehen haben ist forward 1 das heißt wenn dieser Wert 1 ist dann bewegt er sich im Endeffekt das heißt wir haben unsere Variable die wir brauchen eigentlich schon definiert von wait in den walk befehl geht er wenn forward 1 ist wenn forward greater than 0,5 sagen wir einfach mal also wenn es höher wie 0,5 ist dann geht er in die animation über wenn ihr jetzt hier unten play drückt dann seht ihr das auch unsere walk animation will er noch nicht machen ach natürlich ihr seht das auch die sind grau grau heißt sie sind noch nicht belegt wait ist gelb das passt da wir gerade eben erst unsere animation geändert haben müssen wir die jetzt hier oben noch rein ziehen wir gehen also jetzt hier auf walk also wir suchen jetzt hier walk aus wichtig ist wir haben eben walk für verschiedene sachen mod slime das ist unser walk befehl den wir brauchen da klicken wir drauf und jetzt wenn wir auf die animation gehen auf dem ai third person controller warum sehe ich jetzt die animation nicht hier sehen wir es ja genau genau jetzt geht er über in diesen walk hier könnt ihr das noch alles verfeinern also ab wann er in den walk gehen soll wie lang dieser übergang ist aber es passt eigentlich ganz gut und jetzt schauen wir uns das ganze nochmal an und jetzt seht ihr schon dass er sich anders fort bewegt im endeffekt genau und jetzt hat er diesen wait befehl ist jetzt von dem timing noch nicht ganz abgestimmt und er läuft uns hinterher etwas hackelig aber er läuft uns hinterher vielleicht müssen wir noch einstellen rennen wir ein stück weiter weg dass es schon ein bisschen niedriger anfängt mit dem befehl 1,0 ok es muss genügen jetzt er braucht moment okay die animation fängt halt sehr spät an also der übergang zwischen den von wait zu walk das müssen wir vielleicht mal ein bisschen verändern hier dass das alles mal ein bisschen früher anfängt gucken wir uns das jetzt einfach mal an ach so jetzt hat er das doch hat er er läuft auf jeden fall und bleibt wieder stehen das könnte man nochmal kürzer machen hier hinten dass diese animation eben agiler sozusagen ist also dass es schneller anfängt und schneller aufhört aber ihr seht schon er schleimt uns hinterher und jetzt schaut das ganze schon etwas hübscher aus sozusagen flüchten mal genau jetzt bleiben wir mal stehen und jetzt geht er in diesen wait befehl über also jetzt haben wir wait wieder und er bleibt wieder stehen das ist genau das was wir wollten und schon haben wir unsere erste animation im endeffekt fertiggestellt das nächste was wir brauchen ist attack das heißt wir gehen einmal von wait zu attack und einmal wieder zurück und müssen dafür natürlich was festlegen erstmal gehen wir bei attack gehen wir hier auf attack und ziehen die animation hier rein und das ganze können wir jetzt auch gleich mal für damage machen wenn wir schon hier sind und können jetzt direkt hier festlegen was passieren muss damit er eben attack auslöst wir machen einfach plus geben mir ein der trigger wenn der trigger gegeben ist dann machte die animation wir ziehen das ganze auch hier ein stück zurück müssen eben gleich nur gucken wie das ist mit dem mit der animation eben selbst wie das dann gleich ausschaut so wenn der trigger gegeben ist den trigger haben wir ja schon definiert dann greift er uns an macht unser charakter heute eigentlich natürlich greift er uns jetzt nicht an haben wir den trigger ach natürlich er kann uns doch gar nicht angreifen sowas kommt vor wir müssen das trigger script hier noch rein ziehen das habe ich vergessen sonst geben wir den befehl trigger gar nicht aus so jetzt greift er uns an wie ihr seht er greift sehr schnell an gerade damit können wir im endeffekt auch die angriffsgeschwindigkeit unseres kollegen hier festlegen wir ziehen das attack mal weiter hinter wieder oder auch nicht schauen wir uns das nochmal an genau das schaut gut aus auch von der geschwindigkeit her jetzt wie er angreift der anfang dauert wieder ein bisschen lang bis er von diesen anderen befehlen zurückkommt aber die angriffsgeschwindigkeit ist doch jetzt schon mal ganz gut in anführungsstrichen so wenn wir das alles jetzt ein bisschen angepasst haben so wie wir es gerne hätten Sie können auch die werte hier von mir übernehmen dann spielt er diese animation in der richtigen länge im endeffekt ab das problem ist einfach nur die walk animation hier ist relativ lang was heißt er wird die auch relativ lang durchziehen bevor er wieder in den wait befehl kommt wir können jetzt natürlich auch machen make transition to attack von walk das heißt das war jetzt natürlich käse dass er wieder zurück in diesen walk befehl kommt wenn er angreift also wenn wir laufen das ist im endeffekt der befehl wenn wir hier mehr als 0,5 also mit der geschwindigkeit von mehr als 0,5 uns vorwärts bewegen wenn er in dem Fall in diesem walk befehl ist dann kann er auch in diesen attack befehl gehen auch hier machen wir wieder wenn dieser trigger gegeben ist dann greift er an jetzt gucken wir uns das alles mal an das lassen wir kurz er läuft und greift an und läuft und greift an jetzt ziehen die mal ein Stück zurück naja muss noch ein bisschen früher angreifen noch minimal früher dann müsste es eigentlich passen genau das schaut ganz gut aus mit jedem zweiten schritt greift er dann an im endeffekt und jetzt haben wir die animation auch schon festgelegt jetzt können wir nochmal raus gehen und schauen uns das ganze nochmal an als er läuft greift uns an im stehen jetzt laufen wir mal weg genau jetzt läuft er uns auch aus dem laufen heraus an er greift er uns auch aus dem laufen heraus an wenn wir eben den trigger berühren ich glaube mal stehen jetzt ist er ganz verwirrt okay damit haben wir die ersten den ersten teil der animation abgeschlossen ich sage ersten teil weil es natürlich noch einen zweiten geben soll denn wenn wir berührt werden also unser third person controller auch hierfür haben wir einen animator der jetzt aber noch der ist schon vor bearbeitet im endeffekt also das war dieses der animator eben von dem third person controller selbst ihr seht auch der hat hier schon einige sachen stehen also den werden wir umarbeiten das nächste mal und werden dann eben darauf eingehen dass wenn wir angegriffen werden von dem gegner dass wir dann eine animation abspielen also die animation dass erwischt wird und wenn wir diese animation den zweiten teil der animation haben wird danach das lebenssystem eingebunden im endeffekt also die hp heels points und damit werden wir dann einführen dass sozusagen der gegner uns töten kann beziehungsweise wir auch den gegner töten auch dazu gehören wieder animationen dass wir den gegner eben angreifen das nächste mal aber wie gesagt kümmern wir uns erstmal um die animation dass wenn der gegner uns angreift dass wir dementsprechend auch mit einer animation reagieren ok ich hoffe es hat euch gefallen es war informativ wir sind jetzt wieder ein stückchen weiter mit unserem projekt wenn es euch gefallen hat daumen nach oben wenn nicht daumen nach unten aber sagt mir wieso über kommentare freue ich mich sowieso immer riesig und wenn ihr mehr davon sehen wollt dann abonniert uns einfach und wollt ihr uns mal live sehen den tobi und mich sonntag 19.30 Uhr auf twitch ich würde mich freuen bis dahin bis zum nächsten mal macht's gut